Damals war ein merkwürdiges Hand, etwas Neues, der damals im Stimme so Unähnliches nach sich von uns, etwas Höchstsetzungs, das sich überall, sogar in unserem Dorf, in jedem Einzelnen von uns Tömer machte. Verschiedene Stille, die Gerüche von uns, tatsächlich war es kaum, nichts, nichts Konkretes wusste, aber es war offensichtlich, dass neben den Fakten gewisse Sie begleitende Ideen auftauchen. Und zwar Ideen im übermäßigen Leben. Und gerade das war die Verwirrung hervorragend. Es war ganz müde, sich einmal zu richten. Und genau in der Falle zu bringen, was Sie sehen. Feierabend Die Verwirrung Die Verwirrung Die Verwirrung Die Verwirrung Untertitelung des ZDF, 2020